Rhymen Team Runde 1, Black Afghan, Totschuss ins Brain Er kann weder mit der Stimme noch mit Fokus umgehen Ich interessier mich nicht für so nen Dreck Nicht mal der Fokus deiner Kamera hat Bock auf dich, Keks Such nach guten Gegnern, die ich im Battle ficke Währenddessen suchst du Wasser nach der Kameralinse Du reichst alte Sachen ein und klickst flowlos am Mic Egal wo du mitmachst, du bist für Promo dabei Für 100 Abonnenten, was dich ausmacht ist nichts Unter jedem Kommi Werbung, Hauptsache knicks Du bist in jedem Battle nur wegen dem Geld dabei Denn wenn's kein Preisgeld gibt, dann reicht er keine Runde ein Gerade wenn der Quali-Song schon auf dem Channel bleibt Reicht doch noch nen alten Track als ein Battle ein Aber scheiß auf, du machst immerhin ein wenig Kunst Die Weitheit im Image, da wurd sie auch 3D gedruckt Du bist hier Legende, alle supporten dich ganz brüderlich Doch frag dich mal selber, lachen sie mit dir oder über dich? Keiner nimmt dich ja ans Junge, Krieg ist in deinen Kopf Manche sagen, du teilst dir mit Traffic seinen Topf Du bist nur ein Joke, was für krass ist das Gil? Die Reactions auf dich kommen am 1. April Dein LBR-Auftritt ist dir jetzt schon misslungen Wenn du denkst, du wirst beneidet, hast du Wahnvorstellungen Und zerreißt Black Afghan, alle Teilnehmer in Stücke Ne, es kommt nie dazu, wie der Windschuss an ner Brücke Bild ist so geil auf Geld, Hauptsache Scheine im Speicher Doch die Battle-Prognose macht dich nun auch nicht reicher Okay König Arthur, deine Promo hört jetzt auf Ich nehme mir Excalibur und schlitze ich damit auf Du willst Goldschlepper werden? Bruder, schieb mal keine Welle Du droppst allerhöchstens Bretter auf der Flüchtlingsbaustelle Ge перемinander Gуд polishing Weg schuf Baus Weg 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 ков